Ja, ihr seht richtig, das ist ein Bomber. Ich kann nicht glauben, dass wir die Super 420 noch erwähnen würden. Von 1948, abgeschätzt. Das Ding da dient als Ersatzteillager für das, was sie gleich, wahrscheinlich bald, gleich, sagen wir bald, aus dem Fluss Berge wird. Ja, Fluss. Ist ein Fluss, ist ein Fluss. Für uns ist das normal, gell, ein Probellerflugzeug. Mich wundert's, dass die keine modernen Flugzeuge haben in der Zeit. Äh gut, der Krieg hat alles zerstellt. Entwicklung gab's nicht mehr. Interessant, gell. Mit Bordkanonen. Na ja, hm. Dann werden wir mal da hinreisen. Um den Rumsinn mal ihren Gefallen zu tun. Ja, okay. Wird unser Traum vom Fliegen also bald da. Das weiß ich nicht. Das war manchmal. Den muss er schon da. So, dann muss ich mal holt her. Aufgeräumen. Oh, was ist der hier? Weil ich glaub, das ist auf der anderen Seite des Flusses, wo die Lidschen sitzt. Und da wird's nicht gerade einfach werden. Ein Flugzeug aus dem See zu bergen. Das ist da hinten irgendwo im Wasser. Das wird nicht gerade einfach werden. Da muss ich hinschwimmen. Die ganze Strecke der Nina. Oh Gott. Na gut. Da oben sitzen die Lidschen. Und da hinten ist das Flugzeug. Und ihr? Ihr wartet hier. Ich hätte mir was zum Lesen mit. Ja, vielleicht. Und du wartest auch hier. Ja. Ja. Ich hab was. Eine neue Technologie bekommen. Das heißt, unter Wasser atmen. Na dann. Ach ja, ich hab auch ein anderes neues Gewehr jetzt mittlerweile. Schön, ja? 56er. Ziehen wir nur. Stork. Waffe weg. Und unter Wasser kann man nicht schießen. Oh, jetzt wird's dunkel auch noch. Na gut. Dann wären wir wenigstens unsichtbar. Ihr werbt schön, wo ihr seid. Vielleicht nicht unnötig verlieren. Das ist verrückt, was ich da mache. Total verrückt. Aber da liegt sie. Aber wenn die Lidschen mich bemerkt, bin ich am Arsch. Aber gut, dass sie nachts schwimmt vielleicht. Das ist ganz gut so, wenn ich nachts schwimme. Ich möchte nicht mehr unter Wasser. Das sieht ja toll aus, gell? Leute, wir schwimmen unter Wasser rum. Ich hoffe nicht, dass irgendwelche Segengeweuer hier rumschwimmen, sonst habe ich nämlich gelitten. Es ist ja wieder nach Abruhe noch sonst was dabei. Oh, Fischchen, habt ihr das ja gesehen? Die Fischchen da unten? Ein Versuch mit dem Schiff. Die muss ganz in der Nähe sein. Der Bomber, da ist er. Tatsächlich hier. Leute, sehen die, was ich sehe? Oh, da liegt ein Flugzeug im Boot. Oh, das ist ja stolz. B-29 Bomber. Oh, das ist hier heute das Ding. Okay. Wo soll ich denn die Schwungkörper anbringen? Scheiße. Oh, das ist doch cool. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert für mich, weil ich nicht weiß, ob ich die Schwungkörper anbringen soll. Das ist ein bisschen unten drunter, gell? Oh, das ist doch geil, oder? Oder rein? Ne, geht nicht, gell? Oh, ein Flugzeug. Kleines Flugzeug. Wo mache ich jetzt die Schwungkörper an? Wo mache ich die Schwungkörper drin? Da ist das ein bisschen. Neh. Aufgabe. Sonst gibt es das? Das ist doch toll, oder? Ich hab nicht. Ich hab' nicht. Sagen wir mal. Ich hab' doch das Zeit mitgenommen. Sonst ist das. Schwungkörper. Ich bin Aufgabe erst in dem Thema im Jugendmuseum. das scheiße anbringen kann, oder? Ach, wahrscheinlich an die Flügel, ne? Irgendwo an die Flügel. Es ist aber schwierig, ja, wie soll ich in den Kalitor? In die Räder? In das Bordgeschütz? Wo man manchmal ist es echt nicht richtig. Ah, Moment, der erste hängt. Ah, so ist das gedacht. Und da geht ja auch mit der Flügel, das ist auch nicht doof. Das ist toll, gell? Ich finde das ja ganz toll, ja. Da. Okay, ich habe sie dran. Kannst du in der Nähe der Seilwinde zurückhören, oder? Was? Kannst du in der Nähe der Seilwinde zurückhören? Was? Was ist das Seilwinde? Was ist das Seilwinde? Ich weiß, was weiß, was weiß noch. Ich weiß, was weiß noch mal. Und das Ufer in die Nähe der Seilwinde zurückhören. Und wieder die bei den Oberzentrum. Nein, der Seilbinde. Ja, der Seilbinde. Der Seilbinde. Achter. 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 Achter, ja. Ich kann nicht, ob die Ölschel hier unten gehofft wird, ja. Okay, dann haben wir heute Schiffberger, ne. Das Kleine. Ne, dasselbe. Die Bühne an die Oberfläche holen. Also gut. Dann haben wir heute Schiff. Dann werden wir mal dieses Ding da... Bang. Ähm, ja. Ich glaub, es sind Gegenstände, glaub ich, gell. Sonst nicht was. Ja, ich bin auch ein bisschen am Rätseln. Wie ich ein Rüßmittel. Ich hab doch irgendwo einen Zinder. Oh, das nervt. Wo ist denn dieser blöde Zinder hingekommen? Dann werden wir mal gucken. Dann geht das eben hoch. Scheiße. Dann geht das eben hoch. Da ist der blöde Zinder. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Hast du es gesehen? Da ist er. Da ist er auf der Fasern hochgekommen. Storig, ja. Das ist ein Scheißdruck hier. Jetzt wissen wir jetzt mit der Rotkanone. Oh, da. Das ist so stummig. Da ist sie. Das war schön eben, gell. Schön hochgegangen. Platsch. Das ist ja toll. Es gibt noch ein altes Stück Arbeit. Dann müssen wir genauer ziele und dann müssen wir sie ranhuben. Oh, wenn sie das machen, die Typer. Ja, die knallt sich ab da. Da sind ein paar Idiote da, oder? Hmm. Jetzt kann ich mir gleich meine neue Waffe ausprobieren. Hmm. Oh, 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 oh. Das war für die Bedinger. Feuer. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das ist okay, Feuer. Das ist eine Geile, ja. Boah, das ist eine Geile. Das ist eine Geile. Ich bin getroffen. Es ist dann so, dass ich dann irgendwie dementsprechend reagiere. Das ist ja geil hier. Das Gift geht, verdammt. Oh mein Gott. Was ist das? Was ist das? Warte. Ich kann mich drauf anschauen. Was sind das für Viecher da? Was ist das für eine Gegend? Das ist eine ganz böse Gegend. Na ja, komm später mal nachher. Gut, also soweit ist. Nur Zeug ist da. Wo hast du Zeug? Ja, da ist es. Die Flutzeug schwitten da rum. Das bräuchte ich nur noch. Mensch, bewegt man an die Kanonen-Dome hier. Damit müssen wir es dann nachher branden ziehen können. Na ja, dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss. Ja, da sind wir hier. Ich bin jetzt zuerst wird 놀�iefst. Das ist das so, was Update. Vielen Dank.